Liebe Aussteller, Partner und Besucher der AG Technica, in den letzten zwei Jahren haben wir mit viel Energie und Zuversicht die Weltleitmesse der Landtechnik vorbereitet, um mit ihnen gemeinsam wieder eine ganz besondere AG Technica auf die Beine zu stellen. Eine AG Technica mit einem erstklassigen Ausstellungsprogramm und einer Vielzahl an Innovationen – mit einem hochkarätigen Fachprogramm, welches die aktuellen Themen der Landwirtschaft anspricht und Lösungen aufzeigt, bei der sich Menschen aus über 140 Ländern endlich wieder persönlich treffen können, um sich zu informieren, zu diskutieren und ihre Investitionen zu planen. Leider ist die Pandemie noch nicht so weit im Griff, dass Aussteller sicher Kinder planen und Besucher uneingeschränkt reisen können. Gemeinsam mit dem Ausstellerbeirat sind wir daher zu dem Entschluss gekommen, dass eine AG Technica 2022 unter diesen Voraussetzungen in Hannover nicht stattfinden kann. Es macht uns wahnsinnig traurig, diese Absage heute an Sie kommunizieren zu müssen. Wir wissen, wie sehr auch Sie sich auf die AG Technica gefreut und vorbereitet haben. Wir danken Ihnen daher für die enge Zusammenarbeit in den vergangenen Monaten und das Vertrauen, das Sie in uns gesetzt haben. Lassen Sie uns gemeinsam jetzt nach vorne schauen. Das gesamte AG Technica-Team freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit Ihnen. Die nächste AG Technica findet turnusgemäß vom 12. bis 18. November 2023 in Hannover statt. Wir halten Sie dazu auf dem Laufenden und wünschen Ihnen bis dahin alles Gute.